Wie gehe ich jetzt vor? Sie möchten einen BEG-Antrag online stellen mit uns über die Webseite beg-antrag-online.de. Wie ist der weitere Vorgehensweise? Sie füllen dort ein Formular aus. Auf dieser Webseite bekommen Sie ganz genau gesagt, was diese Dienstleistung kostet. Sie bekommen ganz klar mitgeteilt, welche Leistungen wir erbringen und welche Leistungen Sie erbringen müssen. Das ist eine reine Remote Support Dienstleistung von einem Ingenieurbüro für Sie als Privatperson in ganz Deutschland. Hat zur Folge, dass wir dafür da sind, Sie zu unterstützen. Aber wie Sie vorgehen ist, Sie füllen das Formular aus. Dort sind alle notwendigen Daten, die wir für den Antrag brauchen, drin. Durch unsere Automatisierung triggert das in unsere verschiedenen Systeme rein. Sie melden sich für einen Telefontermin bei mir oder einem Kollegen automatisch, mit dem Sie ein Gespräch noch führen, wo Sie noch Ihre restlichen Fragen beantworten können. Dann bekommen Sie ein Angebot genau auf Ihre Maßnahmen zugeschnitten, das Sie dann direkt beauftragen können. Und wir würden auch direkt losgehen und starten. Das wäre im Endeffekt der Ablauf. Sie haben keinen Stress, keine Action. Sie können alles über das Handy machen und wir sind komplett remote für Sie da über den kompletten Ablauf. Jegliche Abnahmen, jegliche Kontrollen laufen komplett remote ab. Das bedeutet, Sie brauchen Ihr Handy und uns. Und wir können dadurch öfter auf der Baustelle sein als jeder andere Kollege, egal wo. Wir können schneller reagieren, weil wir wesentlich mehr Mitarbeiter haben, die immer ihr Projekt bearbeiten können. Es gibt eine Ausfallsicherheit etc. Wir sind für Sie da, wenn Sie einen BEG Online-Antrag stellen möchten zum Thema Heizungstausch, Fassadendämmung, Fenster, Dachdämmung etc. Mein Name ist Luca Ahrens, Dark Energy und wir helfen Ihnen. Ich bin ein, 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 ich